Zum Polizeieinsatz mit mehreren Polizeikräften und einem Polizeihubschrauber kam es am Donnerstag an der Burg Hohenzollern im Zollernalbkreis. Grund war eine nicht angemeldete Versammlung im Bereich der Burg Hohenzollern. Bereits in der Nacht zum Donnerstag fanden sich auf den Parkplätzen der Burg einzelne Personen zusammen, die der Reichsbürgerszene zugeordnet wurden. Sie waren einem Aufruf im Internet zur Sympathiebekundung gegenüber dem Haus Hohenzollern gefolgt. Anlass war wohl der zeitgleiche Geburtstag von Georg Friedrich, Prinz von Preußen. Gegen 12 Uhr am Donnerstag nahmen in der Spitze etwa 100 Personen teil, die sich friedlich mit Fahnen ausgerüstet bis vor die Tore der Burg begeben hatten. Im Zuge des Einsatzes musste die Zufahrt zur Burg gesperrt werden.